Guten Abend, liebe Zuseher und Zuhörer. Ich habe mir was gedacht, ich will etwas Neues probieren, vielleicht in ungefähr zwei oder drei speziellen Folgen. Und die würde heißen, dieses Format, was würde Jörg Haider denken? Also nicht Alfons Haider, sondern Jörg Haider. Und zwar nicht deshalb, weil dieser jetzt bald 15 Jahre von uns gegangen ist, ab nächsten Jahren, sondern weil die Umstände, die wir momentan haben, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch einigen Grund zu Überlegungen geben, also einigen Anlass geben, Überlegungen zu führen, wie hätten da andere Personen agiert. Vielleicht versuche ich auch, andere Personen hineinzuversetzen. Werden da nicht unbedingt österreichische Politiker sein, weil es ist ziemlich schwierig. Ich habe da nicht so viele jetzt in den letzten Jahren verfolgen dürfen, die ich näher kenne und auch einen Stellenwert hätten. Also was ursprünglich war, ist, ich wollte eigentlich mit jemand anderem eine Art Interview machen oder sozusagen Dialog über das Russland-Thema und auch über die Bundespräsidentschaftswahl. Also Russland-Ukraine-Thema und Bundespräsidentschaftswahl. Dann habe ich mir aber gedacht, das ist nicht gut genug. Ich werde es hochladen, wenn es euch interessiert. Es ist aber nicht gut genug, dass ihr nun jetzt wirklich großartig euer Interesse trifft, weil euer Interesse ist doch schon einiges mehr als nur was. Also eine kleine Plosch über sowas. Sondern etwas, was mehr tiefgründig ist und ja, auch eine Art Unterhaltungswert auch hat und nicht zu trocken ist und zu abgelesen wirkt. Also ob man sich gerade noch ein bisschen Mühe gegeben hätte. Bekanntlich, ja, also bekannt ist jetzt also, wir haben jetzt diese Situation in Europa, besser gesagt eigentlich auch Erasien, könnte man sagen, dass seit Februar eine Art Kriegszustand herrscht zwischen Ukraine und Russland. Und dem vorangegangen ist die Geschichte 2014, wo es den Maidan gab. Also wenn ich da zu weit zurückhole, werden wir da sehr lange da sitzen, bis wir irgendwo sind. Jedenfalls beginnen würde ich bei 2013. Und da war die Situation die, dass in der Ukraine ein gewisser Janukowitsch war, der überlegen musste, nähere ich mich mehr der EU an oder gehe ich mit meinem Land die Ukraine weiter zurück und knüpfe an sowjetische Zeiten an, weil wirtschaftlich war es notwendig, eine Wahl zu treffen. Nur hat er ein bisschen zu sehr hoch gepokert und dann beispielsweise war eine Forderung von der EU für ein Assoziierungsabkommen, die Freilassung von einer politischen Gegnerin von ihm, Julia Timoschenko. Und ja, Timoschenko ist kein unbeschriebenes Blatt. Und diese Geschichten, dass Russland Gas an die EU liefert und die Ukraine was anzapft oder was nichts ankam, ist nicht wirklich so neu. Nur, ich denke, also damit wir jetzt nicht zu sehr in die Ukraine-Russland-Thematik gehen, Jörg Haider hätte da sich auch ausgekannt, was das angeht. Selbst dann, wenn er jetzt nicht diese Thematik so lange verfolgt hätte, also die fünf Jahre nach seinem Tod, weil genug ist auch schon bekannt gewesen, bis zu den Jahr 2008 hin, dass es diese Probleme gab. Wir hatten auch zum Beispiel hohe Gas-, also hohe Spritpreise beispielsweise in Österreich um das Jahr 2008 herum. Und da hatte er eine Art Teuerungsbremse und Gegenteuerung sich stark gemacht. Also ich würde sagen, wenn Jörg Haider ein Kandidat beispielsweise für die Bundespräsidentenwahl wäre, würde er genau all diese Themen, die er damals aufgegriffen hatte, auch wieder aufgreifen können. Und es würde gar nicht einmal alt wirken, weil es wäre immer noch ein aktuelles Thema. Es wäre immer noch ein Puls der Zeit. Spannender wäre da die Frage, wie würde er sich ausrichten politisch? Würde er da mehr in Richtung einer FPÖ gehen, in Richtung eines Gerald Gross, in Richtung eines Herrn Valentin? oder doch mehr in Richtung eines... Ja, da war ja noch ein Viertel, da kann ja genau Brunner von der MFG. Es ist schwierig zu sagen, aber vermutlich ein bisschen von jedem was. Und damit hätten wir ungefähr jetzt die Frage beantwortet, wie Jörg Haider als Bundespräsidentschaftskandidat auf was er setzen würde. Er würde für Van der Bellen eine sehr viel größere Bedrohung darstellen, als einige der Kandidaten, die wir jetzt haben, weil wir wissen nicht, wie die Rolle der Kronenzeitung ihm gegenüber wäre. Und nehmen wir mal an, er hätte sich aus der Politik einfach zurückgezogen zu 2008 und wäre nicht mehr ein bisschen aktiv gewesen oder wäre relativ bald nach der Hypo-Sache ausgestiegen. Er wäre zwar wegen der Hypo-Geschichte kein unbeschriebenes Blatt gewesen, aber er hätte können das sicher entkräften und hätte können auf jeden Fall sich zurückziehen können aus dieser Sache, definitiv. Und wenn er also weiterhin hätte können sein passives Wahlreft ausüben, hätte er genauso gute Chancen wie Van der Bellen gehabt auf einen Sieg bei einer Bundespräsidentschaftskandidatur, sage ich einmal. Was noch gewesen wäre, er hätte definitiv die Situation im Russland und der Ukraine-Krieg aufgegriffen, thematisch. Er hätte das nicht liegen lassen, weil das hätte ihm auch viel Spielraum geboten, sich in Szene zu setzen. Wir wissen, er war auch bei Saddam Hussein, beispielsweise zu Gast, obwohl der eine Person im Krater war und von George Bush beispielsweise als Teil der Achse des Bösen bezeichnet wurde. Und ja, er hätte da sicher unpopuläre Positionen auch eingenommen, aber auch Positionen, die teilweise auch im Ausland, beispielsweise von Sarah Wagenknecht in Deutschland, von der Linken Partei, thematisiert werden. Was er jetzt genau gemacht hätte anders, oder ob er eine Volksabstimmung gefordert, dass wir keine Waffen liefern, keine Sanktionen machen, kann ich jetzt nicht im Detail sagen, weil so gut kenne ich ihn auch wieder nicht. Aber er hätte da versucht, sich hineinzufühlen, wie die Österreicher empfinden, was ihnen wichtig ist, und diese Themen versucht, populär an den Mann zu bringen. Beziehungsweise hätte er ja wahrscheinlich auch versucht, die Sichtweise von Frauen, dass die oft in Armut leben oder in der Pension nicht viel Geld haben, aufzugreifen und da einen Nerv, dem Finger in die Wunde zu legen und da also auch positives Angebot zu machen an den weiblichen Wählern. Das ist, also was ich glaube, zur Bundespräsidentschaftswahl, was hätte er machen können, wenn er, also in Bezug auf Russland und die Ukraine, naja, er hätte können sagen, versuchen wir beispielsweise wie Serbien, eine andere Rolle einzunehmen und neutral zu sein, in Bezug auf diese Kriegsrhetorik, die da herrscht da. Wahrscheinlich hätte er Politiker, die da zu sehr über die Stränge schlagen in Österreich und die Neutralität nicht einhalten, stark attackiert, weil man hat das gesehen, dass es gegeben hat, ein Bestreben, dass der Schilling da bleibt. Er hat sich eingesetzt gegen AKWs, sehr erfolgreich sogar. Was wir nicht wissen natürlich, was seine Position gewesen wäre, vielleicht zu Bundesheer und so. Ja, es ist sehr schwierig, das einzuschätzen, aber ein sehr interessantes Thema und eine sehr interessante Fragestellung. Aber mit anderen Worten, es wäre sicher auch eine Herausforderung gewesen, für Van der Bellen gegen ihn als Herausforderer anzutreten. Doch wir hätten da, ich glaube, der ORF hätte nicht können, Jörg Haider laden wir nicht. Und Van der Bellen weigert sich der Diskussion mit einem Dr. Jörg Haider. Ja, das wäre definitiv nicht so unmöglich gewesen. Das wäre, also er wäre damit nicht durchgekommen, sagen wir mal. Das wäre, er würde jetzt definitiv noch schlechter dastehen. Aber ja, vieles ist im Bereich der Spekulationen und wir können auch nicht sagen, welche Auswirkungen das von anderen Parteien hätte, ob die auch Kandidaten nominiert hätten, wenn Haider der Herausforderer gewesen wäre oder auch nicht. Es ist sehr schwierig, das einzuschätzen, sehr komplex. Doch es wäre eher durchaus aus für diese Zeit, für diese unangenehme Zeit, in der wir leben, wo über Energiesparmaßnahmen geredet wird, wo über Krieg geredet wird, wo über die Freistellung von NATO-Beitritten geredet wird. Eher eine Person gewesen, die auch ein ein Felsner Brandung gewesen wäre, würde ich sagen, weil man sich darauf verlassen hätte können, dass er die österreichische Position stärker, eine stärkere Stimme verliehen hätte, als wie das jetzt der Fall ist, wo Österreich eher dann das macht, was Deutschland auch macht. Ich denke, da hätte es auch Kritik gegeben von Haider, das wieder Deutschland auftritt momentan. Und natürlich auch, wie viele der Kandidaten aus dem eher Mitte-rechten Spektrum, eine Art Solidarisierungsversuch mit Viktor Orban beispielsweise, der da ja auch nicht ganz alle Vorgangsweisen gegen Putin teilt, obwohl er den Wiesegards-Staaten zuzuordnen ist, wo beispielsweise eher Polen, beispielsweise eher Putin-kritisch ist. Aber Orban vertritt eine eigene Linie und ich glaube, das ist auch etwas, was Yörg Haider versucht hätte. Im nächsten Teil werde ich überlegen, wo wir noch da können, also wie andere Politiker oder Yörg Haider eingreifen, also einbringen, implementieren in Überlegungen beispielsweise vielleicht, wie wäre das gewesen bei der Volksbefragung zur Bundespräsidentenwahl oder hätte er, wie hätte er über Ibiza geredet, hätte er gesagt, also hätte er Sebastian Kurz unterstützt, wenn er, wenn Sebastian Kurz eine überparteiliche Plattform gemacht hätte und nicht eine ÖVP-Partei. Das ist eine interessante Fragestellung und nächstes Mal werde ich versuchen, über diese zwei Punkte oder zumindest einen davon nachzudenken, wie Yörg Haider dazu gestanden wäre und auch über die Frage, vielleicht waren andere Politiker, die in den 2000ern wichtig waren und in der Regierung waren oder wichtige Player waren innenpolitisch oder vielleicht auch außenpolitische. Wir wissen es nicht, ich weiß es noch nicht, ich muss mir das auch durch den Kopf gehen lassen und Brainstorming machen, aber wenn dieses Format gut ankommt, werde ich auf jeden Fall einen Teil zwei oder drei machen.